Moinsen Leute, es ist gerade viertel nach acht und normalerweise wollten wir morning walken. So, dann hat allerdings Ash eine Bestellung bei meiner Frau aufgegeben, er möchte Gitterkartoffeln haben und die dann so gleich so, okay, ich fahre heute mal einkaufen, morning walking, sagt sie, kannst du alleine machen. Und ich so, oh, kein Bock. Und dann sagt sie, hast du doch früher auch gemacht. Ja, und dann, hör zu, dann war sie los. Und dann habe ich gedacht, so, okay, chillen wir mal auf der Couch, ne? Das geht ja auch mal. Man muss ja auch mal ein wenig entspannen. Und dann habe ich mein Handy geschnackt und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Also abends oder irgendwie so zwischendurch mal sitzen wir ja bei Insta-Fest, ne? Und immer wenn wir dann hier so irgendein Reel sehen, das wir witzig finden oder interessant oder sonst was, dann schicke ich meiner Frau so ein Reel oder sie mir. Und jetzt können wir hier mal kurz ein paar angucken. Also fangen wir mal hier mit dem Letzten an. Ihrem Liebhaber, während ihr Mann bei der Arbeit ist. Eines Tages versteckt sich der neunjährige Sohn im Schrank, um zu beobachten, was die beiden denn so machen. Auf einmal kommt der Ehemann überraschend nach Hause und die Frau versteckt auch ihren Liebhaber im Schrank. Der Sohn, dunkel hier drinnen. Der Mann, flüstert, stimmt. Der Sohn, ich hab einen Fußball. Der Mann, schön für dich. Der Sohn, willst du den kaufen? Der Mann, nee, vielen Dank. Der Sohn, mein Vater ist draußen. Der Mann, okay, wie viel? Der Sohn, 250 Euro. In den nächsten Wochen passiert es nochmal, dass der Sohn und der Liebhaber im gleichen Schrank enden. Der Sohn, dunkel hier drinnen. Der Mann, flüstert, stimmt. Der Sohn, ich hab Turnschuhe. Der Mann, in Erinnerung, gedanklich seufzend, wie viel? Der Sohn, 500 Euro. Nach ein paar Tagen sagt der Vater zum Sohn, nimm deinen Fußball-Sachen und lass uns eine Runde spielen. Der Sohn, geht nicht, hab ich alles verkauft. Der Vater, für wie viel? Der Sohn, für 750 Euro. Der Vater, es ist unglaublich, wie du deine Freunde betrügst. Das ist viel mehr, als die Sachen gekostet haben. Ich werde dich zum Beichten in die Kirche bringen. Der Vater bringt seinen Sohn in die Kirche, setzt ihn in den Beichtstuhl und schließt die Tür. Der Sohn, dunkel hier drinnen. Der Pfarrer, hör auf mit der Scheiße. Eine Frau hat immer Besuch von ihrem Liebhaber, während er immer bei der Arbeit ist. So, okay, das war jetzt ein bisschen lang. Mal gucken, was haben wir denn noch Schönes hier? Ah, hier. Weit oder Pflicht? Weit. Aha. Ganz einfache Frage, wie viele Geschlechter gibt es? So, jetzt bist du in der Klebbe. Ist mir scheißegal, ey. Nein, 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 nein. Wahrheit, was du denkst. Was ich denke? Ja, wie viele Geschlechter gibt es? Es ist mir wirklich scheißegal. I don't believe. Zwei! Aber es wird nie mehr geben! Es gibt zwei Geschlechter! Es gibt zwei Geschlechter, Mann, Frau, Homo, Heteros und die Hormos gehören raus. Wir werden jetzt nicht ironisieren. Nur Heteros! Nicht ironisieren, wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Aber Mann, ey, du wolltest die Wahrheit hören. Okay, Wahrheit oder Pflicht. So, was ist das hier? Das war auch ganz interessant. Das war auch ganz interessant. Ich hoffe, dass man das alles gut erkennen kann. Was ich so an Reels, an meine Flu geschickt trau. Was ist das? Englisch. Lassen wir das mal weg. Weiß nicht, wie viele Leute hier. Dieses Englisch mächtig sind, der mischelt auch so. Es geht irgendwie um die Klimaerwärmung. Also Schwurbel TV. Irgendein Wissenschaftler, der sagt, dass irgendwie in den letzten 55 Jahren sich die Temperatur der Erde um zwei Grad abgekühlt haben soll. In Englisch, please. So, mal gucken wir mal weiter. Das ist cool hier. Also, der sagt zu seiner Schwester da oder Mutter oder was. Chris, 100 Euro, wenn du schaffst, den 100 Euro Schein nach unten, beziehungsweise auch Yen haben die da oder so, ne? Wenn sie es schafft, den Geldschein unter der Flasche rauszuziehen. Schafft sie nicht. Das ist unmöglich, sagt sie. Kannst du das machen? Ich gebe dir 100 RMB extra. Hier, 100 RMB, wenn du es schaffst. Und jetzt, Achtung, die Lüte hier dreht sich den Schein zurecht und wickelt den Bolten unter der Flasche raus. Beziehungsweise schiebt die Flasche so rüber. So, die Frau sagt jetzt hier, ein Stück Cema oder was sie da haben, Klopapier oder was. Er kriegt 200 RMB, wenn er es schafft. Warum hat mir eigentlich noch keiner erzählt, dass wenn ich dies mache, dass du denn das machst und das noch dazu und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss ist das Ding irgendwie weg und er sagt, wenn ich mir dann eine Pizza bestelle, dass ich die dann essen kann. Hm, naja. Alles klar? Das übersetze ich mal nicht. Vielleicht ist das nicht so ganz jugendfrei. Das war auch Witze hier. Der Mann macht jetzt hier im Fernsehen Staubsauger-Geräusche an. Ich weiß nicht, wo es das gibt, aber scheinbar gibt es das wohl irgendwo. Zieht den Staubsauger von seiner Frau raus und sie saugt weiter. Ich denke, sie saugt noch. Gucken wir mal weiter. Das habe ich hier noch hochgeladen. Achso, das war auch ganz geil hier, ne? Ich weiß nicht, ob Hunde das wirklich machen. Ich glaube, ich werde mir mal so einen Teppich bestellen. Die gehen nicht über den Teppich rüber. Das gibt ja solche Teppiche. Mal sehen, wie Leo damit umgeht. Ich glaube, ich bestelle mir so ein Ding. So hier, früher, zu jedem Topf passt ein Deckel. Heute, Deckel sieht scheiße aus. Topf ist ein Walk. Deckel wäre gern Topf. Topf hält sich für eine Bratpfanne. Okay. So, was ist hier los? Ach, das war auch ganz cool hier, ne? Also, jemand klaut hier so eine Deo-Flasche. Der Mann sieht das. Holt sich auch eine Deo-Flasche. Geht zum Verkäufer, wo der andere Typ gerade seinen Rest da bezahlen will. Und sagt ihm, ja, hier, ich habe einen Zauberträgen. Guck mal, ich stecke mir diese Flasche hier in meine Inntasche. Puste in die Hand. Und jetzt, Achtung, hole ich bei einem anderen Kunden, nämlich dem, der die geklaut hat, die Flasche wieder raus. So, das ist auch lustig, ja. Der Vater sagt hier, er hat so eine Pfütze da auf dem Fußboden gekippt, so ein bisschen Wasser aus der Seite Flasche, und sagt, ich kann das wegwischen, bevor du mich mit der Gabel piekst. Und jetzt nimmt er das Handtuch und tut so, als wenn er das wegwischen will. Die Tochter macht sich bereit, wirft ihr das gegen sie da rüber. Also, hier sind dann noch so ein paar andere Sachen, die wir uns immer hin und her schicken. Schreibt mir mal in die Kommentare. Schickt ihr euch auch immer irgendwelche Reels? Oder haltet ihr euch bei Insta auf, wenn ihr Langeweile habt? Bis zum nächsten Mal. Ciao.